Witzige Bugs in meinem Herr-Anwalts-Spiel. Die Beta-Tester haben einige weirde Bugs gefunden. Wenn man beim Klettern angreift, landet man auf dem Dach. Manche haben es aber auch in den Bollen geschafft. Der Footballer dagegen springt ganz gerne mal durch die Wand. LOL. Der Wall-Jump klappt irgendwie noch nicht ganz richtig und wenn ihr euch an den Basketballer hängt, wird der Miniboss zum Kinderspiel. Ich glaube, ich muss das mal alles fixen.